Hallo liebe Schüsse und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Vollnorder Ich grüße dich Kevin, ja? Ich grüße dich auch Clemens, melde dich mal wieder, ja? Du Sau, du! Und wenn sonst noch irgendwer will, dass ich ihn im Video erwähne, das mag ich sehr gerne Oder ihm einen Charakter oder eine Figur gebe, sag mir Bescheid So, bevor wir jetzt weitergehen, denn ich will ja die Mapper kunden Wieso bist du beschäftigt? Warum? Ich würde aber gerne wieder zurück gehen Kommen wir da rüber? Das ist jetzt eine gute Frage Was ist denn da unten? Nix Puh, ich weiß nicht ob wir da rüberkommen Ah, da kann man so lang... das kann ich doch gar nicht, oder? Kann ich... ich werde es mal verbringen, aber wahrscheinlich werde ich sterben Nee, kann ich nicht Ups Gut, dann... ich würde hier noch nicht rein Was willst du? Vorsicht da drüben! Sieht nicht sicher aus! Genau wie auf dem Schrottplatz Oh Gott! B1! Oh Gott! Okay Okay Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte Warte Ich helfe dir dabei Darf ich mal? Warte Oh, schon gut Kleiner Holzi Schön Der Scorn-Bahn-Schluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen Aber wir sind doch Mechaniker, habe ich ganz vergessen A.K.A. Schrottsamper Okay Versuch's Was macht er jetzt? Hier? Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin Okay, also... Erstmal müssen wir irgendwie von ihr wegkommen Also liebe Freunde, und ich habe... Äh... Die Helligkeit ein bisschen angepasst Weil es in Folgen ziemlich dunkel war, aber mein Gott, das ist halt vom Spiel Jetzt können wir hier das Licht hören und anpassen What the hell? Oha Oha Wir können die Farbe Orange Grün Blau Obwohl ich blau... Ich finde blau ist eigentlich von den guten Sender Lol Nehmen wir mal Ghetto Schalter Wie geil ist das? Nehmen wir auch das... Material Nehmen wir das... Wie geil ist das denn? Cool Aber ich bin blau Weil blau ist einfach meine Lieblingsfarbe Ah, BD? Das ist viel zu klein für mich Keine Sorge Ich bin schon selber raus Sehr eng Es wird schon gehen Ja, aber warte mal Was ist hier? Vergiss immer Laserschwert, der Laser kommt überall durch Ach, Freunde Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager Lebensmittel und Vorräte Jemand hat hier für einige Zeit gelebt Ja, aber... Ich seh, ich will nichts verpassen bei dem Spiel Hm Gehen wir da rein Was kann ich denn Was kann ich das denn? Fuck, was kann ich denn da machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht nicht, wenn es zuerst ist Was kann ich denn auch etwas Zeit haben? Ja, ich weiß es nicht! Was kann ich? Kann ich versuchen. Achso. Gehen wir mal lieber nach rechts, ne? Und ja, hey ho, ich weiß. Deathcounter 2. Vorher. Ja, hier geht's gut. Jetzt haben wir aber sehr schlafen, Freunde. Hä? Ungebunden heilen? Moment. Ah, wir haben bei Heilen nichts drin. Äh. Was können wir für Heilen nehmen? E ist Interagieren. R ist drin. Oh scheiße, wie viele Tasten gibt's denn hier? Was ist mit Kuh? Kuh ist ausweichen. Ah ja, stimmt. Was ausweichen ist sowieso besser, wenn man... Shift. Und Heilen machen wir Kuh. Ja, ich sollte dich nicht vorhin nicht vergessen, dass es immer noch so ein Konsolentitel ist, ne? Aber trotzdem finde ich die Steuerung bis jetzt echt cool. Das ist besser. Danke, Kleiner. Das ist besser. Danke. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Okay. Hier. Komm an Bord. Hey, wie cool ist das denn? Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Jetzt sitzt er auf unseren Rücken. Ist das geil. Genau die Holo-Karte. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Okay, jetzt sind wir oben. Hier können wir raus. Abkürzung. Was ist das? Ist das okay, wenn wir uns daran bedienen? Was war da drin? Neun Sender halten. Ah. Du kannst Lichttotelle auf Werk bringen in allen Teilen. Ja, das haben wir grad vorher gesehen. Ach so Leute, wir sind dumm. Ich kann das doch so gar nicht machen. Ähm. 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 Warte mal. Klärtern fallen lassen. Ähm. Ähm. Heilen haben wir jetzt gesagt Q. Ausweigen ist wichtig. Machtangriff F. Was mit was könnte ihn ausweigen? Ja. 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 Ich kann gar nicht weg gucken. Jetzt geht's wieder. Ich will doch noch nicht weg. Aber hier sind ja auch noch Sachen. Da drüben. So da unten weiß ich nichts mehr. Sehr gut. Ich kann auch scannen. Okay. Okay. Jetzt warten wir. Boah. Nur mal kurz zurück. Hallo Hoppeldinger. Denn hier. Wenn wir jetzt Karte gucken. Ist hier... Da... Wie kann ich denn zum... Ach so. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. E... Hier ist irgendwas. Ah. Hallo Kleiner. Hallo Kleiner. Ah. Hallo Kleiner. Ich will. Hier ist ein krumm. Hier ist ein krumm. Schöpare. klettern okay dann können wir hier noch gar nicht rein gut 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 hey bd1 so hier ist nämlich auch was das war da drüben und bei den Dings sind wir auch noch nicht rein gehören kann man hier klettern links? ne weil sonst sieht nichts aus ne? ich will nicht wieder unnötig sterben ne? gehen wir hier wieder hoch so drüben was war hier? okay ah ja genau so da drüben ist nicht mehr oder was okay 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 das ding riecht wahrscheinlich schlimmer als greece was ist das denn gib mir ein stem oder ja da ja da le What the fuck? What the fuck, Freunde? Was war das? Achso, jetzt sind wir hier. Aber das habe ich schon, oder? Okay. Aber ich will den einen jetzt da besiegen. So, das war... Da drüben war es, oder? Den will ich besiegen, liebe Freunde. Das ist der Fall, oder? Wahrscheinlich sind wir noch ein bisschen zu schwach neffen. Aber... Kann der hier rein? Wir kommen jetzt zu mir über eine Idee. Ah, Leben machen, dann bin ich wieder hergeschossen. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Alter, der heilt sich ja voll schnell wieder. Kann ich den besiegen, oder? Oh, was war das? Aha. Wird jetzt wieder voll? Nein! Ich brauche einen! Ich brauche Hilfe! Kannst du ein Messer treffen? Alter, ich kann ihn ja nicht mal blocken! Ach, scheiße! Oh! Aber ich habe etwas bekommen! Ich habe etwas bekommen! Irgendwas habe ich bekommen! Ich glaube, ich habe das Echo da hinten bekommen. Alter! Oh, der ist zu stark! Dann schaffe ich mal! Ich will jetzt wissen, ob ich das Echo da gekriegt habe. Das ist okay, fine, okay. Äh... Oh, was ist das? Das ist okay, fine, okay. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, da oben! Da muss ich auch. Ich muss den nur kurz einmal hitten, damit ich die EP wieder kriege. Wenn ich das... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn ich das richtig verstanden habe. Du könntest auch helfen. BD. 0-1 Ich glaube, das ist da hinten rücken. Okay, ich habe die XP wieder extra. Ich denke, das ist noch eine Kiste. Nein! Tudeln! Tudeln! Stim! Hier! Hilfe! CD1! Oh, da! Oh, da! Alter! Was? Stim! Hierher! Oh, mein Gott! Mit dem habe ich jetzt nicht geredet. Dass wir dem sinken. Ich glaube, ich den schlabbert Ding da rein. Puh! Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scump-Anschluss. Aber du gegen die Bock-Ratte? Mutig! Hey! WD1! Hm? Scoppern? Besser weggenommen. Aber wir haben die ein bisschen Glück, meine. Uh! Alter! Unbedingt speichern. Wir haben jetzt auch einen neuen Fähigkeitspunkt. Alter! Der war krass! Ja, das weiß ich schon. Fähigkeitenbaum. Wir machen natürlich... Lichtschwert. Karls maximale Macht erhöht sich. Karls maximales Leben erhöht sich. Das machen wir. Maximales Leben erhöht. Das wollen wir, liebe Freunde. Ausrannung. Puh! Alter, Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn schaffen. Ich hätte das nicht gedacht. Aber na gut. Diesmal längere Folge, ne, Clemens? Wie ich es dir versprochen habe. Und damit danke ich vielmals fürs zu gucken. Und in der nächsten Folge hoffen wir, dass wir diesen hier nicht finden. Und... Da drüben gibt es ja auch noch einen Weg. Den werden wir uns auch noch angucken. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schönen Abend oder guten Morgen. Haut rein, liebe Schüsse. Euer Gottskan. Tschüss.